Können wir ja testen, so. Werden wir ja dann sehen. Ja. Aber willst du echt von Anfang an junglen? Dann muss... Mir beide Lanes halten, ne? Also Ranga geht das, weil... Beide? Äh, ihr Duo meine ich. Also... Ja, das stimmt auch wieder, ne? Das stimmt, ey. Ich bleib erstmal und dann gucken, wie es geht. Mit Sinch? Renekton und Mokana, das ist ja schon... Ja, das wird interessant. So, mal schauen. Schülchen. Und Pops. Ja, der ist auf Kram. Ist cool, dass ich... ... keine... ... Kosten mehr hab. Keine... ... HP Kosten. So wie damals. Wie kosten? Ja, der hat... ... der Dreh ja... ... Leben gekostet noch. Achja. Aber wann... Seit wann es denn das weg ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hab auch Trunks schon ewig nicht mehr gesehen. Im Fünfer nicht. Hier auch nicht. Komischerweise. Ja, aber wir spielen auch nur noch Norman, ne? Bei, ähm... ...Rank sieht das schon ganz anders aus. Meinst du? Ich glaub schon. Oder es gibt einfach jetzt schon coole Reisen drin. Eh eh ehh 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 hey! Ehh 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 nnünn配e. Ehh 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 ehh.. AHHHHHHH Ist extra geghosted. Fuck the whole das das weg ja dann mach hier direkt ich helfe dir hier schon ein smite weggehauen der kommt jetzt ich hab keine ahnung macht die fächer ich meine das ist Morgana die hat eh voll ja also die die top oder oder kommst du noch denken er denkt es aber auch hier vernet man betreibt doch nicht alter ich hab das holen die zäule der war nicht viel mal von der kack getroffen schon also gib ihm gib ihm post ja 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 Ich bin fast gekillt, ey. Trauschen mit jemandem? Nee, ich hab Pot. Schön okay, ich hab noch zwei Pot. Das wird ein Slautzer sein. Ein Gank und er wird tot, aber ich... ich verreckt, ey. Sonst. Oh, er schmeißt mich. Ah! Er kriegt mich! Alter! Du hättest mit Stun drauf gehen sollen, ne? Hätten wir gehen können. Ja, ich hab... Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil Morgana voll live hat. Äh, Renekton, ich hab's abgehauen. Renekton, pass mal. Renekton ist da, ist halt da. Was ist denn? Fingert, ne? Wenn dann. Ach so. Ihr Main-Damage seht ihr die Pfütze, wenn die Pfütze schon benutzt hat oder so. Ja, ihr müsst mir vorher am besten immer was sagen. Oh, ich hab sie verkriegt. Oh, shit. Ey, jetzt geht Renekton aber runter. Ja, ne, okay. Ich kann ihn einmal spawnen, aber mal gucken, ob er zu lange hält. Schieß mal in die Mauer. Okay, ne, jetzt nicht. Auf der Mauer, auf der Lauer. Das ist ne kleine. Hier ist er. Da. Oder im Busch. Oder im Busch. Fehlt einer? Ja. Ja. Und sind. Du wolltest sie bloß nicht sagen. Nice. Ich bin drin. Du ist dran. Ich bin drin, das hier. Oh, P-Tam. Geht ihr rein? Gute meine Grage. Ich muss das nicht sagen. Geht ihr rein? Es ist schon rischi, es ist noch nicht auf. Es ist schon überrascht. Mir ging voll. Er ist schon da. Er hat sich gehalten. Ritur. Es gibt Tausage. Er wird auf das Zielge Console. Was ist das? Wo ist der Arbeiter? Wir sehen, ne? Jo. Singlet hat red geworden. Vielleicht hätte ich mal keinen Support-Item-Bild. Als ich das letzte Mal Jax gesehen habe, hast du... ...Support-Items gestartet. Ja. Hat aber funktioniert, wir haben gewonnen. Support-Items funktioniert? Also benutze ich immer eigentlich mit Jax, ne? Motherfucker. Oh. Ich glaube, ich probier mal. Oh mein Gott, du stirbt, Junge! Fuck. Fast drauf gegangen, Mann. Ich hab Ignited und der Singlet könnte mir wohl wieder klatschen. Oh, nice. Yes. Easy going. So einigermaßen. Ich bin gleich wieder Stunab-Gegenwo von Ghana, ja? Ja, ich hab kein Mana mehr. Kaum. Ich kann den vielleicht noch klauen und jetzt muss ich wieder weg. Oh nein. Oh mein Gott! Oh, okay. Oh, okay. Der Flash war so great. Oh, Trin wird fertig. Niemals! Oh, level up! Oh mein Gott! Schon gepopped ganken. Evoke. Wir haben gewordet. Hey, die kommen mit, die kommen mit. Geil. Ja! Shit! Wollen wir Dragon machen? Ne, jetzt doch. Hast du schon Items? Ne, ich hab nicht. Schade. Musst du dir sofort Riggles holen. Das ist das Item hier auf der 3er Map. Das ist so richtig abgehend. Herrlich? Ja. Wie das mal jemand erzählt? Ja, der hat mir erzählt so, das gibt Armor. Das ist gut hier für die Champs auf der 3er Map. Es gibt Damage. Es gibt Life Leach. Alles. Life Leach ist doch voll überbewertet. Hab ich's neu gehört? Ja. Nein. Das ist das Wichtigste. Meine ich auch. Also ich bin mir auch nicht so sicher dabei. Also ich hab gehört, Gold-Items sind ganz okay. Wenn man einen schlechten Start hat. Ja. Oder eine schlechte Phase. Dann schon. Schon sagt, die fehlen? Ja, ne? Die fehlen. Ja, die fehlen. Die machen wahrscheinlich Red. Ich kann aber gleich schon den Dragon machen. Glaub ich. Werde es noch da. Ich hab gewartet mit. Fertig machen? Ich weiß nicht. Es fehlen noch alle, ne? Nicht, dass sie gleich hier zu dritt sind. Ich glaub. Vielleicht kommen die von hinten. Komm, ey, geh drauf. Komm auf. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Wieso hab ich geultet? Hey, 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 Morganaslo. Oh, Mann. Wo ist Jack? Ja, voll wenig Dägen. Oh, Mann. Oh, Mann. Mit Neid und alles, Mann, drauf. Ich dachte, ich geh drauf. Das. Hätten die Kills bekommen. So ein Nektronwirt. Okay. Oh oh. Der macht viel Schaden, ne? Aufpassen. An mir, zumindest. Sonst lass den Dragon jetzt machen. Ja, ich habe auch madrids. Jax hat ja Madreds als R-Skill. Quasi. Ich mach Enecdonald auf Platz zu haben. Ich glaub, der dich sieht, ne? Ja, ich glaub, die sehen das, wenn wir den Dragon machen. Meinst du? Ja, ich mach die Welfe und dann ruhig ich mir erst einen Atom. Hey, Morgana, Morgana! So. Meinst du, die haben gewartet? Jax, komm mal her. Oh, ich bin auf dem Weg. Und, ne? Ey, Singles kommt hoch, Singles kommt hoch. Ich sterbe sonst. Oh, shit. Hör auf, hör auf. Scheiß auf. Scheiß auf Red. Äh, Dragon. Fuck, ey. Die macht den! Ey! Keinlich, ein Singles kommt hoch. Ich stier. Das war einer von denen. Okay, komm. Da. Auf, Morgi. Morgi. Weiten ja alle, Alter. Ach doch. Action, Action. Geht's doch, Alter. Genau, hier sind die Raketen auch hinterher. Exhaust. Zack, vorbei. Kann jemand tanken? Ich hab noch zwei Pods am Laufen. Ich hab ihn gesaved. Ich hab ihn gesaved. Ich hab ihn gesaved. Boah, fett, Mann. Der Fight hat sich voll gelangt, Mann. No. Dick Cash. Kannst du das gegen du, ähm, einfach delften und mir? Dann kann ich juggling gehen. Klar. Klar schaff ich das, ey. Was glaubst du denn? Ja, dass du im Lappen bist. Eli has been slain. Ey, unten fehlt, unten fehlt, unten fehlt. Ja, ey, ich komm entgegen. Oh shit. Aber das sollte ja wohl kein Problem sein. Den nimm ich weg, ey. Jeder rein. Was wir machen, eben? Wer ist denn der? Wow, der ballert ja wirklich, Alter. Bring mich an! Man, krass. Klar gibt's nicht. Wollen wir den platt machen, den Team? Okay. Du sagst, wir machen den platt. Ja, mach ich doch. Oh fuck, Mann. Geh auf, Renek. Krass, Alter. Hau ab, hau ab jetzt. Spots nicht gegen beiden. Haben wir Red? Hast du Red? Red, ne? Ne. Er hat den Red. Schuss. Der Nektorn haut dir vor rein. Irgendwie. Er hat 3 kills. Ach, 2 vorher gehabt. Ja, ok. Ja, ja, ja. Das war's jetzt. Ich komm von hinten. Geh. Gib ihn, gib ihn, gib ihm. Stand ihn, ja, Mann. Oh Mann, ey. Ich hab ihn gesloat. Gib den, Alter, gib den. Oh, ja. Oh, ja. Gib den trotzdem. Oh. Ich konnte nichts mehr machen. Scheiße, jetzt küsst du den. Nein! Kann ich nicht rüberdrehen. So ne Scheiße. Nicht sterben. Achso. Das wird der Liedsberg. Auch wenn wir uns nicht mehrmals verteilen. Was ich gewählte? Ich bin. Das ist schade. Ich bin. Ich glaube, die haben ihre Seite gewordet, die wissen das jedes Mal. Ich kann da eh nix machen, oder? Kannst du mich anspringen? Achso, okay. Anspringen ginge auch. Ja, aber ich gehe lieber auf Nummer 7, Jan. Das ist ein Expo hier. Moment, ich borde mal eben. Äh, ich entwickle mich eben. Ey, zurück! Oh mein Gott. Nicht drauf! Achso. Geil, Raketen. Oh. Geil, getroffen. Direkt durch, 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 ja, wo ich drei strahle. Oh, 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 shit. Auf Morgana, ja. Geh weg, hau ab, hau ab, hoff. Ah, okay. Mein Wegen. Nein, ich bin auch, oder? Ey, mir fehlte ne Sekunde für die Ult. Hast du geflasht? Ja. Oh mein Gott. Oh, die Morgana, die killt dich noch. Oh, Dugfinding. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, er flas- Oh. Nice. Scheiße, Mann. Komm, 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 ich dreh hier durch, ich dreh hier durch. Oh, die kann ich. Oh, ich hab mal an der Mühle. Renn, 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 renn. Wir sind hier noch. Da. Jetzt gucken. Ich hatte meine Ulti nicht ready bei dem Fight. Hätten wir da, glaube ich, noch mehr rausholen können. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Das sieht so geil aus, ey. Das sieht so geil aus mit dem Springen, ey. Das mach ich jetzt einfach nur aus Stil. Ey, das ist ein Red. Na, hatte ich vor. Wenn du willst, dann will ich den. Der Dragon ist wieder am Start, ne? WTF? Renekton kommt für die Kanäle Ich will springen und schießen Ja, dein Schild bringt nichts gegen meine Sachen Was drüber? Oh Das sieht so cool aus, ey Wollen wir den Dragon machen? Zwei sind unten Ja, zwei sind unten Beschäftigt mich mal Komm jetzt Mach deinen Scheiß auf die restlichen da Ey, die sind... ich weiß nicht, wo die hinlaufen, ne? Und den rausziehen? Ich drehe mich weg, du springst hinterher Wenn, wenn da... Wenn da was los ist Das ist ein guter Plan, ey Ne, ich wäre darauf nicht gekommen ohne Scheiß Ja, ich habe vorhin einen Listen gehabt im Spiel Der war krass drauf Weil er hat so im Blue gewartet, bis unser Jungler da war Hat er gegen den gekämpft Und als er gesehen hat, dass der Verstärkung kriegt Der andere hat er den... Unseren Jungler durch die Wand gekickt Dann crew drauf gemacht, so dass er halt mit dem Opfer auf der anderen Seite ist Dann hat er ihn gekillt und ist dann noch abgehauen Richtig übel, ey So, das sind Leaf-Reflexe, ey Tja Hoffen wir echt erstmal kommen, ey Ich hab gehört Hotshot-Schwitli Manchmal Für, für Jungle und so Cool, ey Weil er denkt, er ist der neue Odd-One oder St. Vicious Jetzt haben wir irgendwie Lanes geswitcht Jetzt bin ich auf der Butt-Lane Ja, du kannst hochgehen Ne, mir den Farm lassen, danke Synth kommt hoch Wir haben aber auch krasse Dragon-Gems Wir haben einfach krasse Dragon-Items Ja, und das Hey Wie geht das? Ja, hol ab Ah, hab ich nicht getroffen Ich hol mir mal nen Buff Ach, der Buff ist nicht mehr da Ich hab nicht mehr hingekriegt Ich hatte Lowlife und dann musste ich weglaufen Der ist sogar ganz weg Es war jemand da und hat den gecleared Hm Wie nice Als du möchtest Zwei sind wieder unten Okay Ja, ich rege Wo ist denn Renekton hin? Hier ist er Weeeeee Hat er Angst bekommen Ja, ich komm lass mal auf Dings Meinst du? Ja, ich wollte zu Achso Jetzt kommen die hoch, ne? Einer jedenfalls Kaum drauf Kaum drauf, solange Morgane noch ein bisschen weiter weg ist Achso Killt ihn! Yes Der Renekton kommt dazu Der Renekton Scheiße, Mann Krieg's nix noch Kupus Morgana, ja, Mann Ja, Mann Geht neben dir Gib dir was, er gibt nur richtig Boah Boah Nicht schlecht, ey Aaaaaah Der geht nicht down, Mann Kuh Boah, Junge, Junge Oh oh Und stun Der hat uns alle... Ich hab ihn sogar exhausted Fuck, ey Der macht Probleme jetzt Wir sollten auf Renekton scheißen, wir killen die beiden und dann hauen wir sofort ab, scheiß auf Renekton Erst gar nicht versuchen, den zu töten Einfach Splitpushen dann, ne? Ja Wenn nur noch Renekton da ist, kannst du auch nur eine Lane deathen und dann... Der Skin erinnert mich irgendwie an so'n Typen von Lothar Welcher? Was ist der Skin? Von... mir jetzt Echt? Ja Die Mechaniker? Schon gar keine, ey Den... 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 den Mecha... KCX hier Hm Weißen Wo sind'n die alle, ey? Warte Abhauen Ich geh... Weil... Oh Mann... Oh Sind die denn schon wieder, ey? Nach unten Weißen Alter Wie schnell ist'n die? Kannst du mich nur anspringen? Nein, ich hab' jetzt... warte, warte, ich hab' eine Sekunde Ahh Ihhh 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 Wie ist der denn, Alter? Aufs Maul oder was? Also, wir haben vorliegen die Läden Also, ich hab' fast gar kein Läden Paketen Ich hab' Ult Ich hab' Ult Motherfucker Warte, bis er seine... er seine Ult weg hat Motherfucker, Paketen Ich hab einfach keine Vision, ey. Scheiße. Achso. Connection ist da auch noch. Ja, ist cool. Scheiße, Mann. Das ist gar nicht gut. Ah, der Dragon ist ab. Ja. Ich glaub die machen den. Ja. Der Dragon ist fast tot. Oh mein Gott. Jetzt. Oh mein Gott. Alter. Boah, heftig, Mann. Reckiger Cheater. Dein Durchdashen hat mich verwirrt, ey. Ich hab gleich Infinity. Spiel ist dann vorbei. Genau so wie G mit Phantom Dancer. Das ist so. Also Gs zweiten Phantom Dancer, mein ich. Achso. Der erste ist noch nicht ganz GG. Ach, 3-5, ey. Kann sein, dass ich nachher mal weg muss, so, ne. In 20, 23 Minuten. Na, ich glaub immer. So lange werden wir schon nicht spielen. Der hat einen Guardians. Fick dich doch. Alter, den Renekton können wir vergessen. Oder, oder Thornman. Aber das möchte ich erst nach dem... Wohl denn das bis, weil dann geht das runter wie Futter. Meinst du? Hab ich auch. Deswegen empfiehlt sie mir das. Revision, Alter. Oh meine Fresse. Da haben wir's schon mit Revision. Ah, egal. Der Renekton ist ein... Level 17, Alter. Genau, das bittet euch. Und ausgewichen. Hallo, fucker. Der Renekton kommt von oben, passt auf. Ach, sehr schön, ey. Sehr schön, ey. Faketen. Hadouken. Oh. Nö, 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 nö. Pass auf, oben. Ren, renn. Wir sind noch hier. Rennt schon mal weiter zurück. Rennt schon mal zurück. Renekton kommt. Ne, die machen Red. Hör ausgewicen, du bist. Schieß, 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 schieß. Wo ist denn? Wer ist da, er ist da noch? Geh weg, weg, weg. Schmeh nicht. Wart ihr keine Ult mehr? Barm, Junge. Scheiße. Der wird gerülter. Der wird gerülter. Der ist Morgana, oder nicht? Schau, schau mir das. Der Morgana. Ich exhauste ihn. Oh mein Gott. Storch. Oh, fuck man, yes. Oh, krass. Der Typ, ey. Verdammte Scheiße. Der killt dich auch noch. Alter. Warte, warte. Okay. Ey, Renekton. Okay. Ja, wir sollten Renekton auch spielen. Einzige Lösung. Scheiße, Mann. Ich gucke mir jetzt auch Amor, ey. Es geht ja nicht klar hier. Ich gucke mir auch einen Guardian. Ja, man. Guardian. Wir müssen den, die Items nachbauen nicht verkaufen. Ja, nein. Oh, fuck, Mann. Was gibt's jetzt? Nein, ich hätte den, der hat den gemacht, weißt du, und ich hätt ihn fast angeklickt, weißt du? Das war noch voll knapp, Mann. Weil wenn ich ihn angeklickt hätte, hätt ich vielleicht noch Smite zu können, deswegen. Ich hätt ihn fast angeklickt. Zum Glück hast du es nicht getan. Oh, Mann. Ja, ich hab, ich spiel auf SmartCars, weißt du, und dann halt ich direkt, um die erste Zeit zu. Oh, so. Ich spiel auf SmartCars. Oh, man. Oh, Clown vergrößern. Yes, bitch, tschüss. Schatz auf die. Es hat noch eine Channel-Zeit, ne? Ja, wo bin das, ey? So ein Level-up. Warte, ich muss das nicht gehen. Ich glaub, die kommen hoch. Gleich. Okay. Oh, Enekton. Ey, 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 aufpassen. Ah, Morgana ist noch hinterm, bei mir irgendwo. Paketen. Scheiße. Groß, aber Singles weiß nicht, wo der ist. Ey, ich glaub, die rafft einfach nicht, das. Ah! Ey, der Farm, der Farm. Fast ein ganzer Grill. Der Morgana kam. Ja. Follow my blade. Ah! Er ist hier. Hilfe! Wir eilen. Kass, ey. Panik-Ghost, ey. Zu dritt. Ja, okay. Ich wär gestorben. Glaub ich. Oh, Mann. Ey, pass auf, der kommt entgegen, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. Ja. Ich glaub, was soll er machen? Schwerttanzen, er ist tot. Ich glaub, was soll er machen, sagt er. Dragan ist ab. Wollt ihr ein Bait machen? Ja, mal Schwerttanzen, Party vorbei. Baiten? Meinst du? Paketen. Warte, ich mach so weiter mit Morgana. Ja, ist schon okay. Ey, jetzt machen die denn aber. Alles weg, ey. Und jetzt baiten die uns, passt auf. Wir sind schon etwas low. Das ist nicht schlecht. Warte, ich schieße einmal durch den Busch. Wuh! Bait, bait, bait. Ja, bleib da ruhig weiter, ey. Ich hab noch genug, Mann. Der macht die alleine, der andere, ey. Nein, Morgana kriegt den noch nicht alleine, ey. Oh! Oh! Voll schlecht, geil. Warten, Junge. Wir haben die low, wir haben die low. Ja. Warte, warte, warte. Ja, wie gesagt. Töten. Ey, du hättest uns anspringen können. Eine Sekunde noch. Anspringen. Und dann. Jetzt weg. Jetzt zu uns gehen sollen, ey. Ich hab das low. Und ich hab den Körper, den du anspringen kannst. Ich hättest den Körper. Hehehehe. Ja, ich hätte meinen Körper angeboten. Auf jeden Fall. Ja, ich hätte meinen Körper angeboten. Da hält mir weg von, ey. Mann. Ist doch nicht. Geht doch nicht. Wir haben zwei gekillt, einer gestorben. Wir müssen das jetzt noch ein paar mal wiederholen. Ja. So in der Richtung sollte es weiterlaufen. Vielleicht auch kein, keiner sterben. Vielleicht. So. Aber wir haben zwei, zwei killen. Schaffen wir ja wohl. Ach, der macht Dragon, ey. Scheiße. Ja, das stimmt. Dann renn da hoch und statt sie fahren. Ach, ich hab's verpendet. Ich schaff's eh nicht mehr. Hmm. As you wish. Ich schaffe. Ich hab'd missiles. Ich weiß nicht. Ich hab's. Ich hab's Drake gegen Susp直. du glaubst,YYiley aber ich bin auch froh? Du hab's aber auf's bleiben genommen? Weiß ich nicht nicht. Hm. So. ���amer So oft im was? Aufhören nicht. Special Weapon Syntetik. der red ist ab ich versuchte naja jetzt hab ich mir wohl jetzt verkauft guck mal wie viel damage ich am tower mache unaufhaltbar ich glaub sultan drunter mehr ist meiner der ist auch noch vor das angebot gegangen wo er gerade rausgekommen kann wir die nicht beide aufhalten wegen türkei wie angebotet ja in die in die league of legends eu alle türkei spieler haben ein brolov bekommen jetzt habt ihr ja wir haben den umsonst bekommen alle rohler von legendaries kaufen die an alle verschärfen die an alle türken ich habe ja nichts gegen türken aber ich will auch rohler als ich den nicht kann nein aber mann ich hab gelagter ich geh zurück nicht drauf nicht komplett drauf einfach nur von außen ja Oh das ist nicht cool. Hallo? Boah der ist weg. Ey. Ja können wir vergessen. Lass es abhauen. Ah. Boah der hätte es nicht lang gemacht. Sehen die das denn aus. Wow. Ja die hätten wir ja sowieso gecheckt. Scheiße ey. Okay. Wir? Ja. Du bist noch da ne. Dragniss. Ah ne ich weiß nicht. Ich gehe in die Kauf. Thornmail. Mach ich jetzt. Was? Thornmail. Kaufe ich jetzt. Es ist ja nur Renekton so. Macht ja nicht so viel. Wings hier. Autohit Schaden? Ja ja. Sein größter Schaden kommt dann von seinem W wenn der wütend ist. Der macht ja dann faszinierig wieviel Schaden. 600 oder 500 quasi. Ich hole mir Fade. Ja oder Mat. Sollte ich Matriz? Also Bloodraiser massiv? Bitch! Matriz? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube nicht so lange 1 gegen 1 aufzubauen kann. Ich so lange 1 gegen 1 aufzubauen kann. Ich klopke den Tower eben. Hey Morgana zu mir nicht. Lauf dir durch sowieso ne. Ich komme. Baaah. Alter. Nein! B- Oh Gott. Schaffen wir 1D ne? Doch Morgana. Kann sich nicht anklicken Nichts überlebt Alter 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 Wir müssen hier mal Jax und Trünnen Late Game hier auspacken Äh, äh, Connection ist bei mir Oh, Motherfuck Oh man, ich bin da hin Connection vermisst uns das Spiel hier Winkert oder was? Wir machen Da Pass auf der Connection, kaputt Er dauert, er braucht... Ah, okay, er verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich Scheiße Renekton kommt drauf Der kann durch ihn, oh man Ach, lass Bordom gehen, wenn... wenn's nicht deffen kann, ne? Wie, wenn ich nicht deffen? Hallo? Barmium, Raketen, oh nein, jetzt zieht Renekton kommt von oben und du bist tot, ey Okay Da Da Aptreten Das hängt ja gar nichts aus Wieso geht der denn auf Magic? Wieso holt der sich ein Frost of Nature? Wir haben doch nur Jack Und Jack ist auch nur halb Ja, also, wenn's so weitergeht, ist das Ding direkt tot, ey So, drauf, Junge 20 Sekunden bin ich da 20 Sekunden Halte die auf, halte die auf Ein Stun An alle Ja, Mann, der ist tot Ja, Mann Ja, Mann, kill ihn Der ist noch geil Ja, bis auch, ne? Ja, ja, ja Oh mein Gott Niemals Komm, ich komme F*** dich So Und er ist tot, ich krieg ihn Meinst du? Oh mein Gott Ich krieg ihn trotzdem Ja Ich renne gleich direkt zum Dragon Wauw Bitch Ey Stimmst du halt Den bekommen wir auch noch Scheiße Nein, Mann Ja, mach den Dragon schnell Ja, mach den Dragon schnell Oh, ich hab Minions getötet Scheiße Dass ich durch die Wand geschossen habe Ja, hier Zack Schala Ratsch Ratsch Nenno Hä? Ratsch 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 Oh, oh Ich will den Buffer mal haben Was? So, weg hier Weg hier Ich glaub wir packen die doch, oder? Wenn wir die überraschen Ich hab keine Ahnung mehr Ich hab keine Ahnung mehr Ich hab keine Ahnung mehr Bleib in den Büschen Hey, wir sind nur zu zweit Nix mit Büschen Lass, lass weg, lass weg Lass weg Solche, solche Fehler dürfen uns nicht passieren hier der schnellste sicht der welt und pakete junge junge macht spaß die nächste star sind live und schiff noch dann ist es ich habe gezogen die 100 euro hätte die bei dessen jungen halte schon die blutig voll komisch gerade wenn es ganz normal also auch oben weg warte gucken wir mal wieder von dem busch wohl der meinte dann halt die mal auf nicht sterben ich mache den top tower der geht mit 34 hits dauern ja dann gehe ich um base kaufen reinecton geht zu dir soll er denn geht es soll er jetzt schlaumeier hat er gegostet er macht er macht ja singe hat kein gold Smeid ihn einfach! Warte einfach um Smeid! Warte! Oh, da ist ein Fight! Oh fuck, man! Warte! Warte! Klar kann ich's mehr machen! Oh fuck, man, kannst du abhauen oder so? Ich hab noch Ult! Tschüss, du Barsch! Oh mein Gott, ich dachte... Oh, what the fuck! Wer ist denn den gekillt? Oh, weiß ich nicht. Brauchst du jemanden zum Anspringen? Ich hab noch einen Körper. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ich trete auch noch den Körper! Komm! Fight! Bitch! Nice! Oh scheiße, man! Ja, aber der Renekon hat uns schon ziemlich den Arsch aufgerissen... Ja, mal jetzt durchputschen, alter Wenn wir nicht so OP-Champs hätten, dann... wäre das schon ganz anders... Oh, ich hab so viel Damage an den Tower. 8 Sekunden, dann kommst du mal auf hier. Wasi doch, wasi doch. Ach, wasi doch. Gehen wir den anderen auch noch? Ne, ne? Geh, geh weg, geh weg. Ich geh mal um die Bachs. Ich geh unten. Du kannst die Top-Lane haben hier. Aber, ne, dann nicht. Boah, sieht cool aus. Solange du lebendig bist. Kannst du so aussehen, wie du willst. Aber beim, beim... ...evolutionieren... ...sieht man dann, wie er die Haut verliert? Bei ihm jetzt nicht, aber in dem anderen, ja. Also fällt die richtig ab, beim Channeln, oder wie? Ja, die wird sozusagen grau, ne? Und fällt die so als Staub so ein bisschen ab, so. Das ist ja cool. Dann müssten hier ja so Metallplatten abgehen. Das wär cool, aber ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, oder wie das bei mir aussieht. Ich hab 430 Damage. 430 Damage? 430, ja. What? Was ist denn für Items? Ich bin einfach geil. Ach, okay, ja, ich seh's, ich seh's. Aha. Aber ich hab... Aber ich hab... Ich hab jetzt auch mein Blatt, das glaube ich. Weil die Raketen sind einfach zu krass, ey. Ah, ich brauche noch... Ich brauche noch... Ich brauche noch 50 Gold, 100 Gold. 100. Ich hol mir gleich Orakel. Geht nicht mehr so weiter, ey. Irgendwie hab ich irgendwie meinen Ulti grad... Hab ich grad auch so Lust? Scheiße. Oh. Ich hol mir jetzt Orakel. Pass auf, ne? Ja, ich brauche den Zahn, ey. Scheiß drauf. Wollte das Whispern noch, statt Frost, sag mal. Ein Frost habe auch so gar nicht. Ich? Dragon is up. Dragon. Ja, lass den eben runterbörsen. Hast du... Hast du ein... Ein Wort oder so? Ja. Dann... Ey, der ist weg! Wir wollen. Zu schnell. What? Der Burak... Ich fahre mir so ein paar. Oh, Bafs. Bafs. Ey, nicht! Ah! Stoppst du da! Drauf oder nicht drauf? Nein. Obwohl? Okay. Gieß ich einfach so drauf. Ich will den Leben nicht verlieren, ey. Mit Schiss verloren. Äh, Schiss bekommen. Ja, nur vor... Er... Lass erst nie vom... Mit seinen... Rangekills drauf kommen. Und dann... Wenn die sich erst mit 10 Stunden lang beschießen lassen, ey. Ja, tun sie doch schon die ganze Zeit, Mann. Die müssen... Die müssen Denken verteidigen. Ja, das sieht... Das sieht richtig geil aus. Hier mit diesem roten und dem dicken Brunnen und so. Oh, wir sind Reichter, ey. Ja. Wir haben ja hier einen Hilby-Tower. Oh. Ja, genau. Ihr wisst, die Worte übrigens ein bisschen fähig wird. Und ich hab die über die Wand gelegt, deswegen. Okay. Das ist nicht, weil die... Ich schau dir mal an. Mach mal einen Schlag, ne? Wenn der gleich zurückgeht, dann... Nach dem... Mal a fucka. Dann wisch ich dann wieder Bot. Niemals kriegst du ihn. So ein, zwei Hits und ein paar Mal und dann müssen wir durch. Oh, lo, 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 lo. Ich hab's nicht gelegt, ey. Ich geh voll stopp. Voll ab. Du hast du den. So, Blutdürster ist fertig. So. Wriggles könnte ich eigentlich verkaufen. Mittlerweile. Wir müssen jetzt eigentlich Split pushen, oder? Witz, Witz End, hab ich gehört. Na ja, Mann. Lass wüsper. Lass wüsper. Ja, dann verkauf ich Wriggles gleich. Was ist denn hier? Schulan schreibt... Was? Ach ne. Er schreibt Faggot. Ja. Wollt ihr ein bisschen Split pushen? Ja. Geh mal zu zweit hoch und einer push runter, oder? Wenn du dich nicht packen lässt? Ne, dann geh du... Bleib du und... Ja, okay. Komm ich den Faggot rein? Die gehen aber wieder hoch, ne? Ja, ein Fall. Ich kriege auch. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Ja, wird nicht zufrieden. Yes. Push-Bot einfach voll krass, ne? Ich bin durch. Ich kann ja nix machen hier. Bin durch. Gib ihm, gib ihm. Baaah. Ich... Ich... Ich bin nicht offen. Ja, ich bin wegspringen. Ohne Körper. Du brauchst keinen Körper dazu. Ja, ich... Ich... Ich bring dich dann an. Aber du packst es doch gegen Morgana, ne? Ja, klar. Ja, wenn ich nicht greedy in den Brunnen springe, dann pack ich die. Hey, die fehlen, ne? Pass auf. Das ist ein Leitbau, ne? Das ist ein Leitbau, ne? Waaah! Alla fucker, niemals! Oh, jetzt hab ich auch was zu tun. Oh, hey, die fehlen. So. Komm, 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 komm. Scheiße. Noch zwei hits. Ja, drei hits. Oh, scheiße. Und nein, hit. Und noch mal hit. Ah, scheiße auf den Alter, komm, wir machen ja was. Also den... Wir sind zu zweit, ey. Weg, rein, weg, rein, weg, rein, weg, rein, nein. Krieg die... Oh, Guardian. Der so gesehen auch zu zweit. So, ja. Dann lass mal, äh... Wegfarmen müssen. Buffs. Alle Buffs erstmal mitnehmen. Ich will zu zweit. Oh, ja. Boah, der war aber echt stark. Echt übel, halt. Irgendwie bringt mir mein Dings gar nicht, äh. Mein Mato, ich komm gleich, dass du ihn ein paar Mal zuschlagen. Dann führst du mich vorher schon. Ich bekomm den ja nicht mehr ganz zusammen. Scheiße. Okay, anseilig, dass ich jetzt gleich irgendwann weg muss, ne? Ja, muss doch... Müssen wir das beenden. Ja, können wir ja jetzt. Wir machen wieder Split Push von beiden Seiten auf den Tower rein. Weil wir ja jetzt auch beiden in den Hebe-Tower haben. Warte, 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 lass den einzelnen hoch. Warte, drin geht hoch und wir gehen zu zweit unten. Warte, ich muss aber noch meinen... Oh, lass es rückwärter kaufen. Musst du nicht. Doch, muss ich. Wenn er abgehen will, wäre es nicht schlecht. Weil Morgana hat auch schon 150 Amor, ja. Ich halt die unten auf, ey. Ich mach ein Double Kill und dann... Ja, mach das mal. Paketen! Ja, was macht ihr jetzt, ne? Was macht ihr jetzt? Ich hab alle meine Spells, also... Könnten die auch einfach zwei... Zweimal Backdown, dann ist der Mid-Tower weg. Ich steh vor eurer Tür, ey. Ich höre... Ich höre sich... Ich höre sich... Ich höre mich im Nexo. Scheiße. Ey, 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 back was machst du? Back! Das cool, das cool, das cool. Ich hab nur sehr viel verloren, aber noch ist alles cool... Nicht push unten... Ich komm hier nicht rüber glaube ich. Hey, back, wo Backant weggehst du? brauchen wir den holen ja 13 13 18 einig peinlich 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 dafür krieg ich den dragon nächster wie viel prozent 18 jahre ich habe 22 schaden da kannst du mit den 450 weggeben 460 bitte 59 aber ist mal ein büster blut ist da nicht mal gesteckt meine auch nicht gab es war oder wie so richtig hat auch meine feste machen wir unten druck hier ich halte ich halte renekton und morgana auf okay warum kann man kapatt der verarscht mich vor war war ich ja da vor jungen hätte und oh mein gott oh mein gott nein auch kommen bei das mache ich kalt ohne renekton kann er nichts ja ich glaube von sein gift und sterbe deswegen ich mich doch ich habe den tower war fast er hat sich sogar voll schnell irgendwie ist man ja nun voll scheiße aber irgendwie brauche ich die tausendmal ja das bringt nicht da ich scheiß auf meinem kopf das alle drei elixiere und dann ab geht's renekton will hier ein bisschen pushen wo mir jetzt ein schönes hier erstmal dann ausnutzen dass er pushen will der ist sofort wieder da weiß nicht alle drei elixiere mein item bild ist voll kommen sie müssen jetzt wieder pushen jetzt müssen wir aber zu ende ey ich muss gleich irgendwann ich habe geholt dann muss ich weg dann müssen wir uns beeilen hier irgendwie die stacks alle rumfadern ich meine du bist das text zu kriegen wenn es so weitergeht überrumpeln die uns noch jetzt mal warten eben muss checks wir müssen wieder split pushen so wie vorhin dann auch inhibitor sind die da ja ich nach oben aber lasst euch nicht packen ich bin ich an auch steht sie wollen gehen auf die mann gehen und da vor Ort und gar nicht was Junge er geht da er hoch gerne hoch schnell ja gut ich bin hoch ne ich bin 8 damals genau das meistern bisschen damit die denken ihr seid zu zweit bei ihr kommt weg so ist auch nicht der singt allein kriegen wir auch krass du hast du hast du warum hast du sonja sehr fehlende api schaden ich habe in seinem ding runter gehauen dann wird deine und rausgehauen einseitig es geht ja ich wusste ich halte ihn auf ok ok komm Minions 3 Minions 3 3 mach ja ganz machen wird ich geh wie Butterbrötchen Alter jungen jungen hau ihn down ich habe so Nekton lang genug aufgehauen ja tg soll ich mitkommen ich bin noch im bell Ich bin der Kümmer. Ich bin der Kümmer. Ich bin der Kümmer.